let's get ready to rambo yo 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 hello und herzlich willkommen bei einer weiteren folge mit 123 rambo hier bin ich am start was gibt es da zu sagen zu sagen gibt es erstmal heute habe ich viel 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 vor und zwar gehen wir schnell auf gilde dann zeige ich euch um 23 uhr fünf also genau in fünf minuten wird ein raid gestartet und ich bin total gespannt ob wir den schaffen mal gucken ja hier haben wir den dieses katapult geladen aber ich habe ehrlich gesagt gar keine ahnung was das bringen soll ich habe es noch nie gemacht hat hamburg-fan gemacht der hier der hilft uns sehr und keine ahnung ob das was bringt gucken wir uns nachher an zum glück seid ihr dabei gucken wir auch gleich mal wegen taverne ob wir hier noch etwas übersprungen bekommen 230 nehmen wir die 230er quest mal überspringen waffen land den hier mal verkaufen so dann schon die option was ich noch vorab ist gar keine frage dürfte nicht vergessen rundum sinnlos wer das geld hat steht hier ich verfasse jetzt einfach mal kurz der soll sich das leisten können und dann holen wir uns das auch sind sie wirklich sicher dass sie ja ok spiel verteidigen haben ja ok dann spenden wir die jetzt mal und und blablabla das hat ja halt sieh das geil aus voll klatsch das sieht so epic aus alter ich hätte nie gedacht dass es so geil aussieht ja und dafür haben wir 1000 pilze ausgegeben muss man es haben muss man sich haben ist auf jedem selber jedem selber überlassen ihr könnt ja euch darüber dumm und dämlich quatschen auf jeden fall finde ich es mal richtig epic ich gucke es mir auf jeden fall noch ein paar mal an bin auch gerade guck mal hier kriegt 258.000 nehmen wir doch gleich mal die quest an so nehmen wir die gucken mal ich gucke jetzt einfach nur auf gold weil was haben wir wir haben epic event darf ich ja gar nicht vergessen zu sagen und was macht man bei dem epic event als hoher leveler mit oder für ein hohes level wo man so selten epics bekommt man macht einfach ganz viel kaufen und ganz viel waffenladen mäßig über blättern äh über blättern mach ich nicht was labere ich hier für ein bullshit alter blättern natürlich und ja gucken ich habe schon ein bisschen geblättert habe auch schon ein paar epics gefunden ja zum beispiel die schuhe hier und da habe ich 302 attribute habe ich die rausgenommen werde ich auch nachher noch ins klo werfen ich weiß gar nicht welche aura ich da bin gucken wir uns nachher alles mal schön fein an und habe schon wieder schuhe gefunden und habe keine ahnung was das ist müssen wir die hier rausnehmen dass wir es mal sehen können alle attribute nö die holen wir uns nicht packen wir schnell wieder meine riesen booster stiefelchen rein das gibt es doch gar nicht zwei epics auf ein haufen das ist doch unfassbar aber schade die schuhe sind nichts dickes ja der hier zwölf mehr holen wir uns den auch so rein mit ihm hopp höh sind wir gar nicht mehr durch welcher welcher ist hopp und weiter auf geht's auf geht's ab geht's drei tage wach der nächste epik kommt bestimmt bald wieder da ähm ja was geht was geht was geht komm 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 okay wir lassen das erstmal wir gucken jetzt mal bei der taverne noch schnell nach ich habe auch extra viel gold gespart heute extra auf gold geachtet dass ich immer auf äh gold äh hole damit falls äh viele epics kommen damit ich mir auch die epics äh leisten kann weil bringt mir nichts wenn ich damit mal uh ist was cooles finde und mir denke so ja hätte ich auch gerne kann ich mit pilzen bezahlen doch ich hab kein gold nein wir haben gold und wir sind einfach mal kurz am gucken gilde und der angriff geht schon los flavor saver so flavor saver das ist ein neues gsg 9 auch das spiel brief was auch mit gucken mal auf der hier 126 aber sie kriegen nein nein komm schon dumm rein zieh ich Alter jetzt gehe ich ja richtig ab hier schmitzkatze komm schon ich bin total gespannt wirklich ich möchte einfach nur dass wir gewinnen styler gold 69 so gar nicht doch bei roller schmitzkatze komm schon zieh junge mädchen keine ahnung das kann doch nicht sein dass der erste hier noch so schwer ist komm schon ey wie viele sind da überhaupt da sind doch bestimmt 25 stück gegner oder so ne und die frage ist was haben uns jetzt die aufgeladen aufgeladen pilze gebracht das pilz katapult gucken uns mal hermann hier bin ich ja gespannt okay ich mach mal nächster guck mal wie viel ziehen kann ttr alter level 71 hat ein bisschen gezogen alter die kriegt nicht einzig gezogen kann doch nicht sein kommt schon jungs durch die mann ziegenbart hier geblockt okay hundertdreisiger hamburg fern konnte ihn fast ziehen nicht schlecht komm schon komm schon komm schon jetzt haut ihn mal weg hier ja wohl oh der natürlich auch nicht schlecht aus oh das ist ein cool coole äh zuckerstange hier auch nicht schlecht oh nein oh ich wollte eigentlich dass er den noch weg ferscht aber geblockt auch noch oh so jetzt komm schon und hau ihn weg komm 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 jetzt gucken wir mal wie viel er den abgezogen nicht die hälfte what hat mein kleiner bruder guck dir mal die schönen Haare an und er hat die Augenbrauen und den Bart auch so hübsch welch epic Farbe alter komm mein Bruder ziehen hat er bekommen komm schon den nächsten ah den nächsten hat er auch bekommen oder ja ich glaub komm ja den hat er bekommen der Kogan Kogan hat ihn auch bekommen oh man jetzt werden sie noch vier Leute alter mit TTR fünf Leute oh TTR hat er nicht mehr bekommen oh fokus fokus hat viele bekommen ja komm 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 drei Leute noch ziehen wir ordentlich noch jawohl ach scheiße oh jetzt aber ich mach mal jetzt den nächsten komm schon der muss jetzt richtig ziehen ey hab keine Bock dass ich mich verkacken komm 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 bitte zattler zieh den ey komm jawoll komm 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 hau den weg alter ja oh jetzt bin ich gar nicht jetzt bin ich gefragt komm schon gib alles gib alles bitte zieh nochmal hier jetzt ein paar Crids oder weiß ich was alter der ist doch blind der trifft doch gar nicht der fette Org alter der ist so fett mit seinem scheiß Baumstamm der ist der hat Übergewicht in allen Ecken alter der ist im wege zum schlagen komm schon ziehen bitte komm schon setzen quit alter lass ihn nicht ziehen nein oh ganz knapp alter das ist knapp bitte nicht oh yes wir haben es geschafft alter bombastisch war das knapp zieht euch das rein zieht euch das rein ich schwitze aus allen Ecken hoho wir haben ihn besiegt hammer ich schreibe es auch gleich mal ganz groß rein yes guckst du was mach ich da alter jetzt bin ich aber fertig ich weiß gar nicht was ich jetzt als nächstes mache soo jetzt machen wir mal als nächstes 134 134 und so mach ich alle später noch gut machen wir mal wieder hier nach oben soo was können wir machen erstmal können wir noch mal paar Pilze spenden mal dann alter so knapp hammer einfach nur hammer du bist hammer wie du dich bewegst im outfit hammer So, können wir ihn hier nochmal aufladen? Ne, der mag kein Bier mehr. Arena, gucken wir mal was hier. 248? Ja, da wollen wir anfangen. Komm, 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 komm. Jawoll. Komm, ziehen, ziehen, ziehen. Oh, quit. Nicht sterben, nicht sterben. Oh, 40.809 und ich habe überlebt und gewonnen. Geil. Nice, Sammelalbum soll ich noch was dazu bekommen. Fast schon auf 90 Sammelalbum. Hammer. Alter, das ist echt nice. Gut. Gucken wir dann. Gucken wir mal, ob wir was im Waffenladen noch ein bisschen weiterblättern und was finden. Aber cool war auf jeden Fall, dass wir vorhin schon mal zwei Sachen in einem einzigen gefunden haben. Okay. Das war gerade ein richtiger Bug. Ich habe geblättert und wollte einfach nicht und wollte nicht. Ja. Wollte nicht und wollte nicht. Okay. Ich bin jetzt einfach nur gespannt darauf, dass hier endlich mal ein neues Epic kommt, aber wie ihr seht, ist es mir noch nicht so sehr in meiner Macht ein neues Epic zu bekommen. Was machen wir denn? Weiterblättern? Nicht weiterblättern? Sagt was? Wir blättern noch auf. 1.800. 2.800. 2.800. 1.800. Wollen wir mal am besten mir erst mal... Oh Gott. ...das Klo vornehmen. So, und werde mal gucken. Alter, zwei Stück fehlen mir nur noch. Bei Aura 10, dann sind wir bei Aura 11 und können spielen. Der Hammer. Okay. Oh, 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 ist das knapp. Jetzt haben wir ein 208 für den Kundschafter. Oh, der Kundschafter hört sich gut an. Ich hoffe mal, dass die Handschuhe jetzt besser sind für den Kundschafter. So, ich gucke erstmal, wie viel der hat. 228. Jo, die Kundschafter ist voll, ist auch gut. Von daher lohnt sich, dass die Handschuhe jetzt reingekommen sind. Ich würde sagen, wir blättern mal im Zauberladen ein bisschen. Gucken wir uns vorher mal im Zauberladen im Buch, weil ich glaube, da muss schon wieder, ja, da muss schon wieder was geupgrade werden. So, damit wir hier auch wirklich alles voll haben. Wir kennen das ja, die Schuhe heben wir uns auf für morgen, damit wir die morgen in die Taverne werfen können. Mal gucken, wenn ich lustig bin, vielleicht mache ich dann auch noch ein Let's Play. Schauen wir dann mal. Erstmal gehen wir jetzt im Zauberladen ein bisschen bläddern, ja. Ich meine, da habe ich vorhin auch schon gebläddert und auch schon, wie heißt das, einen Epic bekommen. Sogar zwei Stück. Aber, ehrlich gesagt, mir ist von der Attribute her nur eins ein bisschen zugesagt. Oha, was haben wir hier? 253. Was ist das? 253, äh, 253. Ne, gefällt mir nicht, aber der sieht total lustig aus. Komische Köpfchen nach. Epic. So, Leute. Alter, schon wieder ein Epic. Ich glaube es nicht. Alter, wieder. Das ist doch schade. Okay, komm, weiter blättern. Müssen wir hier, müssen wir auch Knallladen, Epic überblättern. Nein, habe ich nicht. Ich habe, ich habe raufgedrückt und ich habe es nicht überblättern können, weil es nicht angenommen wurde. Ist doch Hammer. Hammer. Mehr. Nice, Alter. Schon 304er. Okay, gucken wir weiter. Na, komm, 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 komm. Baby, gib mir jetzt endlich ein Epic. Epic! Oh, 52er. Wie ich eiskalt zu losschreibe. Epic! Und wieder ein Epic! Oh, 251. Was will ich damit? Bitte, komm schon. Alter, sind das hier ein Tränke? Tränke. Tränke bräunig. Ich habe so viele Tränke. Bis nächstes Jahr habe ich, glaube ich, bin ich froh gesorgt. Oh, Mann, ey. Shit happened. Was geht hier ab? Kommt hier noch ein Epic? Kommt hier keins? Oh, das ist die Frage. Wir blättern noch bis 30. Ähm, gut. Ähm, gut. Ähm, gut. Gut, 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 Knut. What the fuck? Nein, ding, 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 ding. Epic! Glücksepik. Ja, Glück brauchen wir auch, aber auch wirklich nur jetzt hier beim Epic drücken. Gut. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal reinschreibt, was ihr zu dem goldenen Rahmen sagt. Und, ja. Dann gucken wir mal hier. Blättern wir hier nochmal ein bisschen. Warum? Wäre ja mal cool, eine neue Waffe zu finden. Ah, ich bin ein kleiner Blätterer. Ein Blätterer. Oh, Mann. Komm schon. Epic, 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 Epic. Ich meine, ich muss mal gucken. Das sind 275er. Zum Beispiel Getrobel oder, also hier, Mantel oder Waffe oder irgendein Epic wäre doch mal cool jetzt hier. Ich würde mich voll freuen. Komm schon. Die Frage ist, wie lange wollen wir blättern? Ich meine, wir holen hier die ganzen Pilze raus. Schon wieder 100 weg. Wie lange soll das gehen? Oh, was ist denn das Geiles? Was ist denn das bitte? Was ist denn das für ein Epic? 259 mehr sogar. Hammer. Hammer. Und 33, komm, den holen wir uns doch gleich. Die totale Perücke hier. Hammer. Okay, dann ziehen wir den hier mal rüber. Haben wir wieder voll Epic. Na ja, die ganze Aktionsleiste, dass ich die über die Tage dann wieder ins Klo werfen kann. Oh, es ist doch nicht zu fassen. Holen wir uns den auch? Holen wir uns den auch? Nee, der hat Rüstung weniger, aber... Ein Attribut? Nee, davon holen wir uns den nicht. Aber auf jeden Fall ein geiles Ding gewesen. Ja, freu ich mich, dass wir jetzt hier schon mal so eine geile Perücke bekommen haben. Mein Ohr, Alter, wie krass sehen die denn aus? Die geilen Treter, die fetten Boots. Epic! Was ist das für ein Epic? Das ist ja Epic sogar noch besser. Ja, schwul. Nicht grad. Ich bin ehrlich, ich bin wirklich schon ganz schön scharf auf eine Waffe, eine neue. Weil, sag ich mal angenommen, gucken wir uns mal die Spanne an. Die ist 1120 und bei meiner ist sie nur 1026. Also von der Spanne her geht auch viel mehr schon und so. Und auch anderes, ne? Auch andere Sachen. Gar keine Frage. Ach, komm schon. Da muss doch was gehen. Da muss doch eiskalt Epic rüberhüpfen. Ich bin so gespannt, Jungs, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr mitfiebert oder nicht. Oder doch, oder... Komm schon! Fukuhila! Nee, das ist wirklich nicht das wahre. Aber es sieht auf jeden Fall richtig Epic aus, auch wieder, ja? Also da ist das Wort Epic auch wieder wirklich an der Stelle richtig zwei Epics auf einem Haufen. Oh, alle Attribute, hm. Okay, dazu gucken wir uns nachher mehr an. Ey, was ist da denn für ein geiler Hut? Ich bitte dich. Den gucken wir uns jetzt mal an. 500, 560. Hm, dann würde ich meine mehr, mehr, ich würde mehr Spanne bekommen, aber weniger von den Steps. Hm, ist nicht grad das wahre. Was ist das, was? Drei Epics sogar, ich hab mich verguckt. Alter, drei Epics, what the fuck? Alter, man blättert die ganze Zeit und dann kommen drei Epics. Das ist ja richtig Glück, Alter. Ja, den holen wir uns jetzt auch mal hier. Wir müssen jetzt auch mal hier nicht so sparsam sein hier. So, bei dem weiß ich's echt nicht. Weil ich einfach nicht weiß, ob die Spanne dann wirklich so effektiv better ist. Na, die ist auch bloß bis 800, 900. Egal, bleib dann weiter. Boah, ist nicht wahr. Wie geil sieht der denn aus? Gibt doch so schöne Bilderchen an Epics. Ist hier wie im Playmobil-Laden, wo man die ganzen Spielsachen und so, wie man sich als Kind immer so dran gefreut hat, wenn man alles angefasst hat und mit allem spielen konnte. Komm schon, los, let's get ready to Rambo. Ich würde gerne mit, mit, Alter, ein Schuh, ein Schuh, ein Schuh des Manitou, nee, nicht Schuh des Manitou, sondern Schuh des Hasen. Epic! Alter, was ist das? Alter, wie geil sieht das aus? Aber einfach nur 250er oder weiß ich wie viel. Hm, schade. So viel, ah, nicht, ah, das ist sowieso ein Glücksding. Oh, Glück. Hab noch gerade so weggezogen, aber, hm, epic! Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier schon epic schrei. Heftig, Alter, hier kommt ein epic nach dem anderen. Und ich auch gar keine Lust auf zu hin zu bladdern, ich mein, what the fuck, was geht hier? Alter, klatsche, also richtig. Oh, ich hab, ich hab Handschuhe überblättert, Handschuhe überblättert, Handschüchen überblättert. Na gut. Wenn ich die Handschuhe nicht haben darf, dann würde es bestimmt so gewollt sein. Aber was ich möchte, was ich möchte, ne, das sind, auf jeden Fall möchte ich eine neue Waffe haben. Schuhe. Null. Null mehr und weniger. Hm. Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Da ich meine geliebte heiße Waffe einfach nicht bekomme, gehen wir jetzt rein und gucken mal, ähm, ähm, denkst du hier nach, ähm, na? Äh, ähm. Ja, da schreibt TTM schon, nice, epics, achtet er die ganze Zeit drauf, wie hatte ich schon wieder, ähm, wie heißt das hier, Arena, machen wir mal einen Kampf. Oh, gegen den hab ich immer verloren, ich übersprinert jetzt einfach mal und ich hab gewonnen, yes, 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 baby, ja. Oh, ich guck mal, welches hier stinkt, hab ich, ich hab doch irgendwie eins reingeworfen, ne? Ach, naja, das war was anderes. Gut. Dann gehen wir weiter zum, zu dem hier, den greifen wir jetzt auch mal an, gucken, was da hergibt, so ein kleiner Teufelchen. Das ist total schwierig, weil, den hab ich die letzten Tage nie, ich hab den probiert immer anzugreifen und den hab ich nie bis unter die Hälfte bekommen. Äh, das ist auch vergeblich, greifen wir den hier an, seht ihr, nur auf die Hälfte. Ich würd sagen, wir gucken uns jetzt mal lieber an, Tisch hier. Wir abnehmen mal auf 28, die Kundschafterin, mein Magier auch und zu guter Letzt ist der schon, ja, der ist schon gut. Denn, gehen wir weiter und greifen wir mal an, den alten Knecht-Huprecht hier. Ich, nächsten, der hat mal gar nichts gezogen, der Magier hat sehr gezogen und die zieht richtig viel. Und komm, 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 ist das ein knappes Ding gewesen. Die sind 100, 1,6 Millionen oder so, glaub ich, oder? Komm, komm, überspringen, überspringen. Oh, yes, geschafft, ich glaub's nicht. Hä, das haben die ganz alleine gemacht. Guck mal, eins für der Rambo war noch gar nicht dran. Wie heftig, wie heftig. Okay, das ist jetzt ein Kundschafter-Epic und wir gucken auch mal rein bei ihr, ob das, upsala, upsala, 305. Oh, das ist aber ein ganzes Ende besser. Der hat fast 100 Steps mit besser oder so. Also nicht ganz, 70, sagen wir mal. Gut, dann gehen wir auf Waffenladen, weil ich muss hier auch ein bisschen was loswerden. Ist hier schon zu viel. Eigentlich kann ich morgen erstmal wieder ein Epic reinhauen. Gucken wir mal, was hier geschrieben wurde. So, gehen wir wieder auf, ähm, auf, genau, auf dem, ich guck mal, auf welche Stufe bin ich hier. Turm beitreten. 31. Etage, meine ich schon, heftig. Wo ist er hier, er mit seinem Affen hier? Wer bist du denn, hm? Der kleine Stoarschen mit seinem Affen. Ich frage jetzt, ob er ein Affe ist, oder? Komm schon, müssen wir doch packen. Oh, auch wieder so knapp, ey. So weit kann ich mir nicht erraten, komm. Komm, 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 das musst du packen sein. Oh, wieso hat er jetzt so viel gehabt? Wieso hat er überhaupt so viel? Ich meine 28.000, äh, 28 ist es labisch, ja, 28 Millionen oder was ist das? Oh. Da probieren wir nochmal. Wir probieren unser Glück. So knapp. Tja. Ich würde sagen, der ist wohl noch nicht packbar. So viel ich mich hier auch anstrengen. Vielleicht, wenn ich die Epics, die ich unten in der Leiste jetzt drin habe, wenn ich die vielleicht im Klo habe und deswegen angesetzt habe, oh, nee, doch nicht, habe ich geschafft. Unglaublich. Alle Attribute. Ich denke mal, der wird für Hund und Kunst sein. Ich gucke mal, was hat der hier? 250. Packen wir auch hier rein. Nee, es... Wir gucken mal weiter, ob ich das auch hier reinpacken kann. Ob der vielleicht schlechter ist. Und ob der schlechter ist. Der ist nämlich viel schlechter als so. Gucken wir mal, ob der hier reingeht. Und der geht auch hier rein. Gucken wir im Waffenladen. Und das Teil riecht. Dafür bekommen wir gar nichts mehr. Gut, das Einzige, was wir noch machen könnten, ist den kleinen 1-2-Ray-Rambo. Mal skillen. Ja, wir werden 1-2-Ray-Rambo einfach mal ein bisschen patchen hier. Ein bisschen hochpumpen. Alter, dann bezahle ich ja gleich hier mir eine ganze Kohle, alle, wenn ich die ganze Skill... Gut, dann machen wir mal. Alter, das ist auch so gut. Nee, Attribute machen wir mal gar nicht. Ich mache jetzt mal auf Ausdauer hier ein. Auf Ausdauer, man. So, und da geht auch schon gar nichts mehr. Ausdauer. Was können wir uns angucken? Pff, wir können uns angucken. Können uns angucken. Die Gilde können wir uns angucken. Nee, Spaß beiseite. Ich möchte auf jeden Fall noch hier nochmal ein bisschen... Oh, die ist eine kleine... Eine kleine... Na, das sieht so böse an. Na, komm schon. Na, komm schon. Komm, wir werden mal wieder hin. Ah. Na, komm. Oh, auch knapp. Wir greifen mal an welche Etage. Jetzt die 32. Verwundert der Alice. Und, hopp, hopp. Oh, da zieht die hier... Wieso zieht die so heftig? Was ist die überhaupt von der 3. Attribute? Guck, Intelligenz. Die hat... Guck mal, die hat einfach bloß die Nebenattribute auf. Und jetzt haben wir sie geschafft. Yes, für den Krieger ist das ein Attribut. Geil. Geil. So, gucken wir weiter. Ob da was beim Krieger geht. Das ist 239. Das packen wir auch rein. Waffen laden. Und hier hin. Und dann gehen wir mal hier rein. Und dann gucken wir da auf. Und den Turm beitreten. Ach, du verfickte Scheiße. Also, was ist das? Angreifen. Mann, holten. Der hat ja auch wieder... Stärke ganz schön heftig. Komm, komm, komm. Oh, komm, komm. Guck mal jetzt. 33. Stufe der Pfingsthag. Ist das? Angreifen. 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 Und... Und... Oh, der hat ja wohl gar nichts mehr gehabt. 60.000. Komm schon. Da muss was gehen. Ich klicke wie ein verrückter Rauf, aber durchs Klicken wird es auch nicht mehr, dass er mehr zieht oder so. Ja, das Video will ich heute ganz schön haben, aber... Ich mach gleich Schluss, Freunde. Aber, ja. Der muss noch drin sein. Ist der noch drin, der kleine Hase? Der freut sich da so drauf mit seinem Van Gogh-Tumsel, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Mist. Ach, komm, komm. Da geht gar nichts. Jo, wahrscheinlich... Ich glaube, der hat von Kraft geträumt, Alter. Der hätte sich überhalten, denn soll noch nicht hier... Was soll ich, was für ein... Wenn man so ein Wöhl-Hase. Hm, der wird ganz schön auf die Kacke. Gut. Wenn er nicht will, wer nicht will, der hat schon. Dann muss ich den besiegen, wenn es soweit ist, war? Oder was sagt ihr dazu, Leute? Der ist nicht machbar. Ähm, okay, das springe ich. Das springe ich auch. Das springe ich. Und geht einfach nicht, geht nicht, klar. Das geht doch gar nicht, klar. Jetzt haben wir ihn geschafft. Ein Glücksepik bekommen. Ich mein, ein Glücksepik. Hallo, ich bekomme hierfür kein Gold, wenn ich das ab... Nee, ein Glücksring. Ich mein, der sah ja schön aus, aber... Hm, muss das denn sein? Ups, wo bin ich denn drauf gegangen? Gucken wir mal, was bei Gilde geht. Äh, nee, aber... Ja, Alu. Ja, gut. Schnell, 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 schnell. Schnell, wer ist das denn? Peter Pan oder? Der Dynamik ist ja trotzdem Peter Pan. Dynamik ist ja her. Der hat aber ganz schön viel gehabt gerade. Gucken wir uns den noch mal an, ne? Oh, 500.000, komm. Angriff. Alter, was ist denn los hier? Jetzt kackt man hier nicht ab. Rein. Angriff. Angriff. Und der hat wieder nicht geschafft, Alter. Wieder nicht und wieder nicht ist einfach nur widerlich. Komm. Mh, die Bühne. Nee. 266er-Lettel. Auch ganz schön heftig. Wartier mal für Stufen reingeknallt werden. Oh, der hat ja mal gar nichts mehr gehabt gerade. Bullshit. Komm schon. Hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Nee. Na gut. Dann belassen wir es dabei auch. Ich mein, wir haben auch die Pilze ganz schön runtergehauen jetzt hier. Ja, dann haben wir es so. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin einfach nur der Meinung, dass wir heute sau viel abgestaubt haben. Wir müssen mal gucken, ob wir auf jeden Fall noch eine Waffe morgen bekommen. Und vielleicht am besten auch, what the fuck, vielleicht ihn hier, den Gürtel. Ja, es sind so einige Sachen, die noch aufholbar sind. Auf jeden Fall ist es mal geil, dass wir jetzt den goldenen Rahmen haben. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und auf jeden Fall ein Kombi, was ich jetzt sage, zu dem goldenen Rahmen und, 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 und. Okay, Leute. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.